Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von The Iconic Beats, Captain Eagle's. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr eine Hardstyle-Melodie herbeizaubern könnt, mit Hilfe von kleinen Tricks. Und fangen wir auch mal direkt an. Wichtig ist es, beim Hardstyle erstmals das Tempo zu erhöhen. Hardstyle basiert ungefähr bei 150 bis 160 BPM. Das ist Hardstyle-typisch. Um die Melodie zu erstellen, gehen wir in die Piano Roll. Im Piano Roll achten wir darauf, dass hier oben dieses Kästchen auf Hive-Step ist. Hive-Step ermöglicht es uns, die Töne bzw. die Tonlänge genauer zu bearbeiten. So, Hardstyle-Bassnoten kenne ich zwar jetzt keine direkt, aber wir verwenden einfach mal die hier. Acht-Takte sollte die Melodie lang sein. Das ist typisch im ganzen Pop-Bereich und da Techno aus dem Pop irgendwie kommt oder so strukturiert ist, sollten wir es auch so tun. So, lassen wir die Bassnoten erstmal so. Wir kürzen sie. Gehen jetzt weiter rein. Drücken STRG-C, STRG-V. Drücken STRG-A, STRG-C und nochmal STRG-V. Verschieben das Ganze hier nochmal. Dann haben wir das Ganze hier pro Vitte immer. Und jetzt machen wir, was Hardstyle charakterisieren das. Wir drücken STRG-A, STRG-C, STRG-V. Verschieben es hier hin, dass ein kleines Kästchen dazwischen frei bleibt. Und wir kürzen es hier wieder weg. Denn hört das nicht so her. Hardstyle-Typisch. Gut, das Ganze mache ich jetzt hier noch ein bisschen tiefer, indem ich die Bassnote, oder die Grundnote, ändere. Und hier drauf könnt ihr jetzt eure Melodie aufbauen. Und hier drauf könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen tiefer, indem ich die Bassnote, oder 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 die Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ihr seht diese ganzen Übergangsnoten hier, die hier und die hier und die hier, die hier und die da, die sind alle ein bisschen, ich sag mal, verbesserungswürdig. Und die, passen wir einfach mal die Bassnoten an, da das Ganze hier immer parallel gespielt wird. Wir kürzen das, verschieben es eins nach rechts. Hört sich jetzt so hier an. So, des Weiteren können wir diese und diese Noten hier noch alle ein bisschen verdoppeln, damit das Ganze ein bisschen mehr Tempo bekommt. Dann übernehmen wir noch das hier, das hier, das hier. Wir lassen es hier hin, verkürzen es wieder. Wir lassen es hier hin, verkürzen es wieder. Wir lassen es hier hin, verkürzen es wieder. Eine Standard-Heartstyle-Melodie. Ich hoffe, das Tutorial hat euch in irgendeiner Weise geholfen. Peace out, the electronic beats. Kevote, it's... Kevote, it's... Kevote, it's... Kevote, it's... Kevote, it's... Kevote, it's...